Dann ein herzliches Willkommen zu unserer Abschlussrunde, könnte man so schon fast sagen. Wir sind beim Policy Lab angekommen. Normalerweise kennen Sie vielleicht Pitches aus der Kategorie Startups. Pitchen, um Geld zu gewinnen, um Preise zu gewinnen, um Investoren von sich zu überzeugen oder in dem Fall auch eine Jury. Und wir machen das heute etwas anders, denn wir haben die Politik eingeladen, über das Thema KI zu pitchen und uns zu überzeugen, was es dort für spannende, tolle Sachen gibt und die wir uns genauer gleich mal anschauen. Ich darf zuerst einmal sagen, wer unsere Experten sind. Die haben Sie hoffentlich gerade schon im Panel live verfolgt. Und zwar einmal Frau Plöger, Frau Klüger und Herr Steenkamp. Sie sind hier und werden gleich nochmal vielleicht eine eher interessante, tricky, so ein bisschen nachbohrende Fragen unseren Pitchenden stellen. Und dürfen nochmal aus Ihrer Expertenrunde wirklich fragen, wo stehen wir da eigentlich, beziehungsweise was genau ist denn dort wirklich auf der Agenda? Auf der Seite also unsere Experten. Auf dieser Seite haben wir unsere Pitchenden. Nervös, aufgeregt? Ganz entspannt. Ganz entspannt. Hier locker flockig, denn so soll die Runde auch starten. Wir fangen mit Jens Zimmermann an und haben danach Ronja Kemmer. Jens Zimmermann kommt von der SPD, ist Mitglied des Bundestages aus dem Bundesstaat Hessen seit 2013. Und er ist nicht nur Mitglied im Finanzausschuss des Ausschusses für die Digitale Agenda, was Sie sich wiederum beide auch teilen, wo Sie beide sind, sondern Sie gucken sich auch an bestimmte Maßnahmen gegen Geldwäsche, Terrorismus, Finanzierung und sind auch Teil der deutsch-britischen Parlamentarischen Freundschaftsgruppe, in dem ganzen Kontext auch dabei und sind auch Teil der Arbeitsgruppe für die Digitalpolitik 2017 gewesen. Das heißt, da sind schon so ein paar Themen drin, die natürlich auch gerade im KI-Kontext super spannend sind. Die Regeln gelten folgendermaßen, fünf Minuten für jeden Pitchenden. Hier sehen wir eine Zeit runterlaufen in dem Sinne, ja, sonst gehe ich dazwischen nach den fünf Minuten. Und dann dürfen jeweils unsere Experten Fragen stellen und am Ende gehen wir nochmal in eine Abschlussdiskussion. Deswegen, Herr Zimmermann, sind Sie stark klar? Ja, na klar. Dann würde ich sagen, Ihre fünf Minuten, Sie dürfen sitzen, stehen. Ich gehe nochmal kurz in diese Richtung hier und würde sagen, die Bühne gehört Ihnen und das ist Ihr Expertenpublikum. Oh, okay. Wenn Sie sich an die richten wollen, los geht's. Vielen Dank. Also ja, wir beschäftigen uns ja jetzt seit einigen Jahren mit der Thematik von künstlicher Intelligenz. Aber das Spannende geht ja schon mal los. Was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Und das muss man, glaube ich, bei allen Diskussionen immer mit auf dem Schirm haben, dass eine Verengung nur darauf eigentlich zu wenig ist. Wir haben auf der einen Seite die Daten, wir haben auf der anderen Seite algorithmische Systeme. Aber wenn es um Vertrauen geht, dann geht es natürlich als erstes auch um das Vertrauen in die Akteure. Und wenn ich mir die aktuellen Entwicklungen rund um Facebook anschaue, was eben auch ein Unternehmen ist, der sehr, sehr viel forscht, investiert und anwendet, dann ist dieses Vertrauen einmal mehr erschüttert. Und deswegen ist es wichtig, die Akteure ins Augenmerk zu nehmen. Wir brauchen, und das ist unsere Überzeugung als SPD, wir brauchen eine Regulierung, die das Ganze vom Menschen her denkt und nicht von der ökonomischen Verwertbarkeit alleine. Und wenn man eine Regulierung vom Menschen her denkt, dann ist es wie in vielen anderen Politikfeldern eben auch, dass man sich sehr genau anschauen muss, wo ist potenzieller Schaden, der für Individuen und die Gesellschaft auch angerichtet werden kann. Eine Lösung liegt aus unserer Sicht definitiv in Transparenz. Das ist wichtig, um auch klar sehen zu können, woher stammen Daten, wie werden sie gespeichert, was passiert mit ihnen. Und wir brauchen auch eine Orientierung am Risiko in unterschiedlichen Sektoren. Denn die gleiche KI auf vielleicht Maschinen angewandt kann vollkommen ungefährlich sein. Die gleiche KI aber auf Individuen, auf Personen, auf Menschen angewandt kann eine Hochrisiko-KI werden. Also deswegen, glaube ich, ist es wichtig, da sehr, sehr genau hinzuschauen. Und wenn wir über Transparenz und Sicherheit reden, ist natürlich auch immer die Frage, wo ist der Standort, wo werden Daten gespeichert, wo sitzt eine KI, wo sitzt ein Algorithmus, wer hat die Hoheit darüber. Und das ist, glaube ich, gleichzeitig auch eine große Chance, die wir in Deutschland und in Europa haben. Normen und Standards, ja, die können eine Lösung sein. Sie sind es aber aus unserer Sicht nicht allein. Was unser Vorschlag ist, ist, wenn wir über Regulierung reden, dass wir eine tastende Regulierung entwickeln. Also wir glauben nicht, dass wir heute schon annähernd alles wissen, wie Algorithmen und KIs reguliert werden müssen. Und deswegen glauben wir, es ist gut, sich da heranzutasten und eben auch zu schauen, was sind eigentlich die Hintergründe. Das kann in der einfachsten Stufe erstmal damit beginnen, dass diejenigen, die eine KI einsetzen, eine Selbstauskunft geben und kann sich dann auch je nach Risiko immer weiter nach oben orientieren. Wichtig ist aber auch, und da komme ich zum aktuellen Vorschlag der Europäischen Kommission, es reicht aus unserer Sicht in Hochrisikobereichen eben nicht aus, dass Unternehmen einfach nur eine Selbstauskunft geben. Dafür braucht es dann auch zum Beispiel unabhängige Institutionen, die über Funktion und Sicherheit von Algorithmen am Ende dann auch unabhängig vielleicht eine Einschätzung und eventuell ein Siegel abgeben. Und wenn ich mir die Situation auf der europäischen Ebene aktuell anschaue, dann bin ich insofern ein wenig beunruhigt, dass wir unterschiedlichste, wie man neudeutsch sagt, geleakte Vorschläge der Kommission gesehen haben, die sich teilweise fundamental unterschieden haben. Und wenn ich mir jetzt den letzten anschaue, dann macht mir da vor allem, und das bin ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament von der S&D-Fraktion einer Meinung, da sind so in Artikel 4 einige Passagen drin, wo es auch um die Frage von Überwachung geht und auch an Ausnahmen, dass eben staatliche Akteure von gewissen Regulierungen ausgenommen werden könnten und on top auch private Unternehmen, die für diese staatlichen Akteure arbeiten. Und deswegen glauben wir, da muss in Brüssel noch einiges verhandelt werden. Herzlichen Dank. Sie haben dann die letzten... Ich bin aber fertig. Ja, unter den fünf Minuten, absolut. Ja, ich musste da parallel rechnen mit der Uhr, die da läuft. Genau, genau. Das ist die weitere Schwierigkeit, die wir hier kurz nochmal als Setting mit eingebracht haben. Spannender Punkt auf jeden Fall. Vielen Dank, Herr Zimmermann. Ich würde sagen, ich gehe mal ab an unsere Expertenrunde. Gibt es Nachfragen? Ja. Alle drei. Sie dürfen direkt starten. Wer möchte. Ich hätte jetzt auch fast gesagt, die SPD hat zurzeit ambitionierte Zeitpläne, und deswegen fasst du so ein Format, das hier unter den fünf Minuten geblieben ist. So sieht es aus. Nein, ich weiß nicht, ob wir noch eine Frage haben. Ich fange jetzt einfach an. Also vielleicht auch das Verständnis, wie wollen wir das in Europa gestalten? Wir haben vorhin ja auch über Transparenz und wie man die dann tatsächlich auch umsetzen kann gesprochen. Und was passiert hier mit diesem Wirtschafts- und Werteraum Europa, den ich, wie ich es immer gerne nenne, weil wir natürlich ganz andere internationale Diskussionen führen als noch vielleicht vor einigen Jahren. Und ich frage mich immer, ich nenne das jetzt mal ganz polemisch Reinheitsgebot. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte eben die Kontrolle über die KI-Prozesse behalten, so ist denn auch machbar ist und für welche Bereiche auch, habe ich denn dann umgekehrt auch ein Verwertungsverbot? Also wir profitieren ja sehr oft davon, dass wir Innovationen haben, die eben nicht made in Europe sind, weil in anderen Regionen dieser Welt Dinge möglich sind, die bei uns eben doch etwas regulierter sind. Was wäre denn da die europäische Antwort? Also es ist auf jeden Fall ein absolut fairer Punkt. Wir sehen das ja, sage ich mal, im Bereich der roten Gentechnik zum Beispiel, wo wir uns ja auch in Deutschland, Europa ganz explizit dafür entschieden haben, gewisse Forschungen nicht zu betreiben. Gleichzeitig, die Erkenntnisse fließen natürlich in den internationalen wissenschaftlichen Diskurs ein und dann stehen wir eben auch vor diesem Problem. Ich glaube, wir werden das nicht hundertprozentig trennen können, aber es ist, glaube ich, viel wichtiger, dass wir zeigen, dass es eben auch im Einklang mit den BürgerInnenrechten geht. Also natürlich, sage ich mal, ein Horrorszenario für mich ist, dass in China, wo man quasi unbegrenzten Zugriff auf Patientendaten hat, möglicherweise natürlich bahnbrechende Durchbrüche in der Forschung, in Medizin haben kann und dann die Menschen in Europa sagen werden, so etwas wollen wir auch. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es andersrum laufen wird, dass zum Beispiel die Menschen in China irgendwann sagen werden, wir wollen nicht in einem absoluten Überwachungsstaat leben, der am Ende dann zunehmend auch von Algorithmen exekutiert wird. Also das alles, was wir über Social Scoring teilweise kennen, hören, das geht ja schon ein bisschen in die Richtung, ist erst der Anfang der Geschichte. Also deswegen, ich glaube, wir werden ein Verwertungsverbot, das wird nur schwer durchsetzbar sein. Deswegen setze ich darauf, dass wir eben genau diese wertebasierte Ansätze, die wir in Europa haben, dass wir das auch hinkriegen. Aber es ist eben auch die Aufgabe, am Ende des Tages auch was zu liefern, weil es ist zu wenig, wenn wir immer nur unsere europäischen Werte hochhalten, aber am Ende eben keine praktischen Ergebnisse haben. Und diese Balance hinzubekommen, aber da findet in Brüssel ja auch der Streit von 27 Mitgliedstaaten statt, die ja auch, wenn Sie auf dieses Problem schauen, ja, ganz unterschiedlichen Blickwinkel haben. Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Mich würde noch mal interessieren, Regulierung kann ja von zwei Seiten betrachtet werden. Man kann einerseits natürlich vor allen Dingen auf, ich sage mal, Verbote schauen und auf Gesetze, man kann aber auch darauf schauen, natürlich auf diese Enabling-Möglichkeiten von Regulierung. Mich würde interessieren, was ist denn von der SPD in den nächsten vier Jahren quasi zu erwarten bezüglich der Förderung von künstlicher Intelligenz und der Förderung von Innovationen in Deutschland und Europa? Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Wir haben in dem Sondierungspapier, haben sich jetzt die drei Verhandlungspartner schon mal darauf geeinigt, dass wir bei den Strategien, die in der Vergangenheit aufgestellt wurden, dass wir einen Neustart wollen. Und das betrifft zum Beispiel auch die KI-Strategie. Bei der KI-Strategie hatten wir die Situation, wir haben da ja originäres Geld in die Hand genommen zur Förderung, aber am Ende lief es so ein bisschen ab, wie wenn wir mit den Ländern verhandeln. Dann gibt es diesen berühmten Königsteiner Schlüssel, Hessen kriegt immer irgendwie 9,8 Prozent, also die Gießkanne. Und das darf in Zukunft nicht passieren, weil wir brauchen einen Ansatz, wo wir wirklich auch top-down sagen, wir wollen die KI made in Germany fördern. Und dann wollen wir am Ende auch, dass es diese fünf Maßnahmen gibt. Und die sind dann am Ende auch mit Wumms und eben nicht mit der Gießkanne. Und ich glaube, das ist eine der Stoßrichtungen, in die wir gehen möchten. Ich sage mal, die Verabredung, 100 zusätzliche KI-Professuren in Deutschland auf den Weg zu bringen, die ist ja absolut richtig. Aber am Ende haben wir da einfach gemerkt, dass wir nicht die PS auf die Straße bekommen haben, sondern dass wir irgendwo aus sehr vielen Ecken bestehende Programme zusammenziehen mussten, um da überhaupt auf diese Zahl zu kommen. Also insofern wollen wir da vor allem top-down eine echte Strategie entwickeln und rauskommen aus dem ministerialen Nebeneinander verschiedener Häuser. Das ist ambitioniert. Deswegen diskutieren wir ja auch über die Frage, wie wird das am Ende koordiniert? Digitalministerium oder eine starke Koordination aus dem Kanzleramt. Aber auch da sind wir uns einig, es braucht jemanden, der sagt, wo es lang geht. Und da muss dann die gesamte Bundesregierung auch in diese Richtung marschieren. Das ist Herausforderung genug, auch wenn es sich eigentlich so plausibel anhört. Danke. Ich habe heute gelernt, dass es nur noch 20 Professuren gibt, die noch nicht besetzt sind. Also 80 davon finde ich schon bemerkenswert. Ja, wobei man da auch sagen muss, da ist aber auch alles dabei, was es an anderen Programmen gibt. Also mit Marie-Querie-Stipendien und so weiter. Also es ist ja super, aber ich glaube, man hätte da vielleicht noch ein paar mehr bekommen können. Aber anyway, das ist ja einer der Dinge, wo auch was passiert ist. Bitte schön. Ich würde gerne noch mal Ihren Begriff aufnehmen, den Sie gerade geprägt haben. Die tastende Regulierung. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe jetzt für mich mal interpretiert, das meint eigentlich, dass ich sozusagen beginnend von Low-Risk-Applikationen, KI, mich dann vielleicht mit einer Hersteller-Selbsterklärung bis eben hin zu High-Risk-Applikationen quasi gefahren, adaptiert, der Regulierung nähere. Ich habe Sie auch so verstanden, dass Sie als SPD sehr stark eigentlich den Menschen in das Zentrum der KI setzen wollen. Also KI muss dem Menschen dienen. Und ich habe eigentlich die zwei Sicherheitsforderungen. Zum einen muss eine KI funktional sicher sein, darf mein Leben und mein Leib nicht gefährden. Und sie muss auch ethisch sicher sein. Damit aber das Thema Regulierung funktioniert, braucht man dann, wenn es beispielsweise um Siegel geht, und da kommen wir als TÜV natürlich ins Spiel, braucht man natürlich Schemata. Sie müssen Prüfschemata definieren, Methoden, wie prüfe ich überhaupt KI, aber nicht nur Algorithmik, sondern wie prüfe ich insbesondere Lern- und Trainingsinhalte, denn die führen in der Regel zum Biasing. Und da möchte ich Sie einfach auffordern, nehmen Sie auch Geld in die Hand, diese Entwicklung zu fördern, weil es reicht nicht aus, immer nur in Richtung Applikationsforschung zu gehen, sondern ich muss insbesondere auch die Forschung treiben, die letztendlich KI überhaupt erst prüfbar macht. Und das ist technisch nicht trivial. Von daher hier ein klarer Appell an die Politik, das geht natürlich parteiübergreifend auch in Richtung der CDU, dass wir uns hier deutlich mehr engagieren mit der Frage oder bei der Frage, wie kann ich eigentlich KI prüfbar machen, weil erst dann wird sie ja regulierbar. Ja, und ich glaube, dann verliert auch die Regulierung ein bisschen ihren Schrecken, weil heute reden wir über irgendwas ganz hochgelagertes, was uns vielleicht bedroht, wo Menschen denken, das hemmt jetzt unsere Entwicklungsgeschwindigkeit oder macht uns international nicht mehr wettbewerbsfähig. Aber ich glaube, genau das Gegenteil kann passieren. Wenn wir eine gute, intelligente Regulierung haben, kann das den Markt für KI sogar befördern, weil Menschen einfach viel mehr Vertrauen fassen, in KI-Applikationen zu investieren. Definitiv. Also ich kann mich daran erinnern, weil ich eigentlich meine erste Rede zum Thema KI und Daten habe ich beim TÜV auch hier in der Hauptstadtrepräsentanz in Berlin gehalten. Das ist schon einige Jahre her. Und damals waren alle noch der Meinung, sozusagen, also tatsächlich, um bei Ihnen als Organisation zu bleiben, da kommt irgendwann dann die Person im grauen Mantel und macht dann irgendwann auf die KI diese Plakette drauf. Und man guckt so in den Algorithmus rein und ganz so einfach ist es ja nicht. Und das ist deswegen, aber nichtsdestotrotz müssen wir ja auch schauen, da bin ich wieder bei der tastenden Regulierung, dass man am Ende das, also es ist ein hochkomplexes Problem, aber man kann es abschichten. Und man kann, glaube ich, einen großen Teil auch genau, wie Sie es beschrieben haben, auch mit Schemata, mit Prüfschemata da herangehen. Und man kann da auch die meisten Risiken mit, ja, vielleicht ausschließen nicht, kann man nie hundertprozentig, aber man kann sich da sehr gut heranarbeiten. Und worüber es ja am Ende immer auch geht, sind dann die Hochdisiko-Dinge. Und das ist natürlich in der politischen Diskussion auch immer so. Wir reden natürlich immer über die Extreme, weil das sind natürlich auch die Sachen, wo dann vielleicht auch Unterschiede am deutlichsten sind. Aber ich glaube, da können wir uns sehr, sehr gut annähern, so wie Sie es gerade skizziert haben. Die Extreme schauen wir uns gleich nochmal an oder gibt es noch eine Nachfrage jetzt? Dann nehmen wir die nochmal weiter für die, ja, Frau Böger? Nein, 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 ich könnte etwas fragen, aber ich habe jetzt so gezogen. Nehmen wir die gleich schon mal für die Anschlussrunde dann nochmal mit weitere Fragen. Und ich würde super gerne Frau Kemmer nochmal ganz kurz vorstellen und auch Ihnen jetzt gleich Ihre fünf Minuten geben, wenn Sie die voll ausschöpfen möchten, dann können Sie das gerne tun. Ronja Kemmer ist seit 2014 Mitglied des Bundestages und auch im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgeabschätzung, als auch im Ausschuss Digitale Agenda, sowie stellvertretend ist Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Und Sie sind seit 2020, jetzt September, KI-Beauftragte Ihrer Fraktion, der CDU, CSU und haben damit auch einige Sachen schon angestoßen und auch vorangebracht in dem Thema KI. Deswegen freue ich mich auf Ihre fünf Minuten, die Sie gerne starten dürfen. Ja, ganz lieben Dank und zunächst einmal, so viel Zeit darf zu Beginn der fünf Minuten sein, freue ich mich. Das ist meine erste Diskussion wieder zum Teil zumindest in Präsenz und freue mich auch über die vielen natürlich digitalen Zuschauer, aber ich sage mal, nach so einer langen Abstinenz jetzt auch in der Corona-Zeit darf das doch zu Beginn gesagt sein. Ja, vielleicht als eingangs, sage ich mal, These für uns als Unionsfraktion ist ganz klar wichtig beim Thema KI, bevor wir über die einzelnen Details auch sprechen, dass wir zunächst immer mal die Chancen auch sehen. Also klar, wir diskutieren in der Breite immer über Chancen und Risiken und wir sehen auch ganz klar, dass die Technologie in verschiedenen Anwendungen auch Risiken mit sich bringt und dass wir genau deswegen über Themen wie Bias, wie Transparenz und anderes auch sprechen müssen. Aber wir finden, dass zu Beginn immer erst mal auf die Chancen auch geschaut werden muss. Und mein Empfinden ist jetzt auch nach, sage ich mal, gut zwei Jahren, wo ich mich wirklich sehr intensiv mit dem Thema beschäftige, die KI hat ein unglaubliches Potenzial, nicht nur für uns als Land, als Europa, mit Blick auf wirtschaftliche Entwicklung, sondern auch wirklich ganz konkret im Alltag von jedem Einzelnen. Und was ich manchmal so schade finde, ich glaube, vielen ist gar nicht klar, wo ihnen eigentlich die KI im Alltag heute schon überall begegnet. Und eigentlich will sich keiner mehr irgendwie das Leben ohne den Spam-Filter oder ohne andere Anwendungen wie das Smart-Navigationssystem vorstellen. Und deswegen ganz klar zu Beginn, also großes Appell, wir sehen erst mal die Chancen, wir wollen fördern und klar, wir brauchen die Regulatorik. Und genau, deswegen komme ich dann auch zu dem Vorschlag, der jetzt ja vorliegt, mit Blick auf die EU. Ich glaube, es ist ja ganz konkret eben das, worüber wir jetzt auch in den nächsten, sage ich mal, Wochen und Monaten auch in Deutschland sehr intensiv diskutieren werden, weil es wird eben die weitreichenden Folgen für den Standort Deutschland, aber auch für ganz Europa haben. Und wir waren, sage ich mal, zunächst als Union immer der Auffassung, dass eine breit angelegte horizontale Regulierung eher schwierig ist. Wir hätten so mit Blick auf das Detail uns da auch mehr mit Blick auf Anwendung, mit Blick wirklich auf detaillierte, punktuelle Regulierung vorstellen können. Aber so wie der Vorschlag jetzt da liegt, können wir zunächst mal gut auch damit leben. Ich glaube, er ist einigermaßen ausgeglichen. Aber der Teufel wird eben im Detail liegen. Und das Spannende an dem Vorschlag ist ja, also gemessen an den verschiedenen Risikoklassen, klar, wir haben zunächst mal klares Bekenntnis, was wollen wir auf gar keinen Fall in Europa. Ich glaube, das ist auch richtig. Ich kann da auch nur zustimmen mit Blick auf Social Scoring, um das konkrete Beispiel zu machen, wo, glaube ich, für uns aber auch jetzt schon heute klar ist, das ist nicht vereinbar mit unserem demokratischen Grundverständnis, mit den Menschenrechten innerhalb von Europa. Und deswegen ist vielleicht aber auch im Sinne, gerade von einer Akzeptanz ist gut, dass die EU das einfach an der Stelle auch nochmal festgehalten hat. Die wirklich spannende Klasse in der Regulierung wird ja die Risikoklasse 3 sein. Also eben die Hochrisikoklasse und die, die eben ex ante auch geprüft wird. Ich glaube, über die anderen beiden Klassen braucht man in der Breite nicht so viel diskutieren. Es ist sicherlich gut auch in der zweiten Klasse, dass es mehr Transparenz geben soll, bei einem Chatbot oder bei anderen Anwendungen. Einfach auch, dass da die Leute vielleicht auch in einem positiven Sinne in ihrem Alltag wirklich sehen, Mensch, wo ist denn die KI schon im Einsatz, wo sie es heute vielleicht auch gar nicht immer unbedingt wissen. Und deswegen jetzt ganz konkret zur Risikoklasse 3. Wo sehen wir da vielleicht auch wirklich den konkreten Nachbesserungsbedarf und die spannenden Fragen, die jetzt vor uns stehen. Das eine ist ja mal der Punkt, welche Anwendungen sind da heute schon aufgeführt. Ich glaube, da wird es neben der grundlegenden Definition, was ist eigentlich nachher eine KI-Anwendung in diesem Sinne, auch darum gehen, wenn wir über kritische Infrastruktur, um ein konkretes Beispiel zu machen, reden, fällt dann darunter eben jetzt, ich sage mal nur konkret, die Daseinsvorsorge im Sinne der Elektrizitätsversorgung, der Wasserversorgung oder zum Beispiel auch die Deutsche Bahn, die heute schon in ganz vielen Beispielen auch KI anwendet und heißt es eben künftig auch, dass das auch alles darunter fällt. Also da wird es ganz viel um Definitionen gehen. Und dann der zweite Punkt, der noch sehr offen ist, ist ja auch die spannende Frage, wer prüft eigentlich nachher? Also wer hat auch das technische Know-how für diese Ex-ante-Prüfung? Klar, auch welche technischen Standards und anderes müssen dementsprechend entwickelt werden? Und da müssen wir schauen, dass wir auf der einen Seite, glaube ich, nicht Gefahr laufen, dass wir in Europa das Ganze zu sehr fragmentieren, weil das würde irgendwie dem Ziel des europäischen Binnenmarktes ziemlich entgegenstehen. Und deswegen, glaube ich, braucht es dann auch eine grundsätzliche Akzeptanz, dass wenn in einem Land eine Prüfung da ist, das eben auch für die anderen Länder gilt, zumindest wäre das meine Vorstellung, und nicht, dass wir auf der europäischen Ebene noch auch weitere, auch mal angedachte und ja auch andiskutierte Superbehörden schaffen. Ich glaube, das wird in der praktischen Umsetzung uns tatsächlich nicht weiterhelfen. Vorletzter Punkt, Stichwort nochmal mit Blick auf Normen und Standards auch. Ich glaube, da müssen wir wirklich sehen, dass wir in Punkten der Zertifizierung, die Sie ja auch angesprochen haben, wirklich hinkommen zu einer Prozesszertifizierung, dass es eben auch weggeht vom konkreten Produkt. Diese spannende auch Herausforderung, wie prüfen wir nachher überhaupt, dass wir da, glaube ich, auch möglichst gute Standards entwickeln. Und mit wir meine ich vor allem auch die Partner eben in der Industrie, in den Institutionen und nicht die Politik, die das nachher an der Stelle festlegen soll. Ich glaube, das wird für die praktikable Umsetzung auch ganz wichtig sein. Und deswegen abschließend nochmal, wir glauben, dass viele Chancen auch jetzt in dem Vorschlag liegen. Der Teufel wird im Detail liegen. Und ich glaube, es lohnt sich aber auch, dass wir da gut diskutieren, bevor wir da vielleicht auch mit Blick auf Überregulierung nachher Sachen entscheiden, die schwer zurückholbar sind und die uns auch im Vertrauen, das ist vielleicht wirklich noch der letzte Punkt, nicht helfen werden. Weil, ich sage mal so, die Alexa und andere Produkte stehen vielleicht in den Wohnzimmern bei uns, nicht unbedingt, weil sie die vertrauenswürdigsten sind, aber weil wir an manchen Stellen eben leider auch keine europäischen Alternativen haben. Und deswegen müssen wir genug Freiräume für diese europäischen Innovationen am Ende des Tages auch lassen. Vielen Dank. Das waren die Extrasekunden noch von Herrn Zimmermann, um das Ganze auch zeitlich fair zu bemessen. Fragen von unseren Experten direkt? Sollen wir mal suchen? Ja, gerne. Da steige ich natürlich sofort ein, wieder auf das Thema Normen und Standards und wie prüfe ich eigentlich KI. Ich fand es jetzt erst mal bemerkenswert, gut eigentlich, dass Sie gesagt haben, es ist eigentlich nicht politische Aufgabe, jetzt dafür Sorge zu tragen, aber Sie müssen das natürlich unterstützen und fördern. Ich will an der Stelle nur sagen, wir sind da als TÜV-Unternehmen auch ein bisschen in die Vorlage gegangen. Wir haben vor gut einem Jahr ein AI-Lab begründet, wo wir als TÜV-Unternehmen unsere AI-Kompetenz wirklich zusammenführen. Das findet hier in Berlin statt, weil wir natürlich da auch den engen Austausch mit den politischen Autoritäten suchen. Und wir sind jetzt eigentlich positiv überrascht worden, erst mal durch die EU-Vorlage für die KI-Regulierung, weil sie eben zum einen einen risikobasierten Ansatz ausgewählt hat, den wir sehr stark unterstützen, gleichzeitig aber auch kritisieren, dass gerade die Risikoklasse hoch, Level 3, was Sie eben angesprochen haben, eher jetzt über eine Technologieliste definiert wird. Das heißt, ich klassifiziere einfach bestimmte Anwendungen so, die sollen jetzt in die Gruppe 3 reinfallen. Wir finden das eigentlich weniger gut, weil es werden sich andere Applikationen in anderen Branchen und Feldern entwickeln, quasi eine Dual-Use-Applikation von KI. Und die sind dann auch mal risikobehaftet, ohne dass sie dann erst mal in den Katalog reinfallen, um als risikobehaftet bewertet zu werden. Ja, das haben wir als klaren Kritikpunkt eigentlich herausgearbeitet. Darüber hinaus, ich kann Ihnen da nur zustimmen, wir müssen jetzt wirklich zusehen, wie wir einen Prüfraum schaffen, der überhaupt diese Regulierung in ein operatives Doing überführen kann. Und ich finde, da liegt für uns auch aus Deutschland heraus eine Chance. Wir haben ja jetzt den Plan, so ein AI-Testing-and-Quality-Hub zu begründen, wo sich auch Länder, zum Beispiel Hessen hat sich eben dafür ausgesprochen, ganz klar, beteiligen wollen, weil wir eben sehen, wir können jetzt hier wirklich zum Vorreiter auch für das Prüfen von KI-Algorithmik und auch von Daten, von Trainingsdaten, kommen und uns damit eigentlich schon wieder so ein bisschen an die Spitze einer Bewegung setzen. Weil auch so ein Thema Regulierung kommt ja jetzt auch in den USA auf mal hoch, wo wir vor einem Jahr wahrscheinlich noch gesagt hätten, niemals. Ja, also ich will nur sagen, wir haben auch hier positive Entwicklung, auch für eine deutsche Industrie, sich quasi über eine Standardisierung und über eine klare, auf den Menschen fokussierte KI-Standardisierung letztendlich wieder zum Vorreiter auch zumindest in bestimmten Technologiebereichen zu machen. Sollte sich dann die Politik so einmischen, wie Sie das gerade gesagt haben? Ja, die muss ja die Gesetze schaffen, die letztendlich über Regulierung dann entscheiden. Aber wir als Industrie und wir als in dem Fall TÜV-Unternehmen müssen eigentlich die Tools dann schaffen, mit denen Regulierung operativ umgesetzt werden kann. Weil es ist nicht trivial, einen KI-Algorithmus zu regulieren. Absolut. Absolut, also das war jetzt ja keine Frage, aber ich kann in dem, was Sie ausgeführt haben, nur zustimmen, finde es auch toll, dass der TÜV da, sage ich mal so frühzeitig auch in eine gewisse Vorleistung getreten ist, dass sich wirklich, glaube ich, sehr profund auch mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat und das weiterhin tut. Und Sie haben es ja auch angeführt, wir können da, glaube ich, in Deutschland auch Vorreiter werden. Ich glaube, das ist aus zwei Punkten positiv zu unterstreichen. Zum einen, klar, wer nachher Standards und Normen setzt, zum Teil sind die eben auch mit der Wertschöpfung letztendlich verbunden. Aber den noch fast wichtigeren Punkt, finde ich, dass uns eben nicht was passieren darf, was vielleicht bei der einen oder anderen Regulatorik aus der EU schon passiert ist, dass wir am Ende des Tages dastehen und die Dinge auf einmal gelten sollen, aber wir nicht so wirklich wissen, wie machen wir das denn jetzt genau im Konkreten. Und deswegen diese Prüfverfahren vorher zu entwickeln, halte ich für ganz essentiell. Und zwar nicht nur auch, klar, für die Großen in der Industrie, aber eben gerade auch für die Kleinen, gerade auch für die Startups. Und wenn wir es schaffen, hier mit gutem Beispiel voranzugehen, glaube ich, wäre das nachher eine Lösung, die sich tatsächlich auch in der Breite Europa skalieren lassen würde. Ganz klar. Noch weitere Fragen? Da würde ich gerne direkt anschließen. Weil du Startups schon erwähnt hast. Ich bin ja selber KI-Gründerin und beschäftige mich jetzt auch mit Gründern im KI-Bereich, versuche die zu unterstützen. Und meine Frage wäre auch im Hinblick auf eine Regulierung aus Europa und dann halt auch in Deutschland ausformuliert, wie können wir denn verhindern oder was gibt es für Ideen auch vielleicht von Seiten der Union, dass das Ganze für kleine und junge Unternehmen eine, ich sage mal, starke Belastung darstellt. Weil wir haben jetzt ja schon die Situation, dass teilweise, ich sage mal, Investoren aus dem Ausland auch lieber mal in ein junges Unternehmen aus einem anderen Land investieren, weil es eben schneller sein kann und sich nicht noch zusätzliche Expertise einkaufen muss, die wiederum Geld kostet, die ein Investment bedeutet, in Ressourcen, in Zeit und dadurch eben auch einen langsameren Start. Gibt es dazu Ideen, was man machen kann oder was ist ja deine Meinung, wie man damit umgehen kann, dass es vielleicht für junge Unternehmen möglichst wenig Hürden bedeutet? Also ich glaube, so natürlicher Reflex oder vielleicht Antwort wäre auch gewesen bei vielen anderen Beispielen, die man machen könnte, dass man versucht, die kleinen Unternehmen da eher rauszunehmen oder zu sagen, wir setzen irgendwelche Grenzen fest mit Blick auf Mitarbeiter oder anderes, ab wann das gilt. Da tue ich mich ehrlich gesagt in dem Fall hier jetzt konkret ziemlich schwer, weil wir reden halt, wenn wir über Querschnittregulierung reden, über eine, die tatsächlich dann auch für alle gilt. Deswegen glaube ich, muss der Ansatz tatsächlich an der Stelle eben sein, über den Punkt, über den wir gerade zuvor gesprochen haben, dass wir auch in der politischen Unterstützung so weit eben diese Akteure, sage ich mal, auch mit unterstützen, die Verfahren so zu entwickeln, dass sie nachher schnell gehen. Also ich glaube, das ganz Entscheidende neben dem Thema Kosten ist das Thema Schnelligkeit am Ende des Tages. Weil was uns nicht passieren darf, ist, dass wir dann irgendwie Verfahren entwickeln. Es ist alles noch unklar, was gilt eigentlich in welchem Land. Deswegen auch nochmal Blick dann drauf, wenn in Deutschland sozusagen zertifiziert ist, dass das eigentlich dann auch europaweit gelten muss. Aber es kann dann nicht sein, dass wir irgendwie dann nachher zwei Jahre warten müssen oder so, bis entsprechend die Rückmeldung kommt, ob das jetzt seitens der EU vom Verfahren her so als in Ordnung gewertet wird oder nicht. Ich glaube, den Punkt müssen wir wirklich vorher versuchen abzuräumen an der Stelle. Und wenn es um den Anwendungsfall geht, dann kann es ja nicht um die Größe des Unternehmens gehen, sondern tatsächlich um die jeweilige Anwendung. Ich würde gerne nochmal einen Punkt aufgreifen, den wir ja auch aus dem Bereich der Cyber-Sicherheitsregulierung eigentlich schon kennen. Also erstmal die Frage, ist der Anwendungsbereich so wie er jetzt ist richtig oder könnte er doch noch ein bisschen kleiner sein? Oder würde ich sagen, je größer der Anwendungsbereich ist, den ich in diesem risikobasierten Ansatz nehme, desto geringer muss dann auch die Anforderung an die Dokumentation sein. Und wenn ich den Kreis kleiner mache, dann kann ich entsprechend auch verlangen, dass die Dokumentationspflichten höher sind. Das könnte einen Anreiz geben, den Ansatz vielleicht noch ein bisschen zusammenzufahren. Sie hatten die Infrastruktur ja als, oder die Themen der Daseinsvorsorge genannt. Und das Stichwort Dual Use fiel ja auch schon. Ich denke natürlich jetzt an die sehr ambitionierten Klimaschutzziele, die wir bis 2030 umsetzen wollen. Und es ist klar, dass wir natürlich dafür die Digitalisierung und auch die KI brauchen. Wie will die Politik insgesamt, jetzt natürlich die Frage auch an die Union, diesen Spagat bewältigen zu sagen, auf der einen Seite rede ich jetzt bei einem Energiekonzern und also über eine kritische Infrastruktur, die ich vielleicht dann in diesem Einsatzbereich eben auch strenger beaufsichtigen muss oder die mehr Dokumentationspflichten hat. Und gleichzeitig diskutieren wir ja zurzeit sehr intensiv, wie können wir Planungs- und Genehmigungsverfahren für Stromtrassen und so weiter verkürzen, damit wir überhaupt die Unternehmen befähigen, diese Klimaschutzziele bis 2030 zu erreichen. Wie wollen Sie den Spagat bewältigen bei der KI-Regulierung? Oder wie denken Sie ihn mit? Also ich denke, zunächst mal nochmal der Punkt zuvor mit Blick auf die Anwendungsliste. Also ich wäre ein großer Freund davon, wenn man nochmal wirklich genau drauf schaut und wirklich auch, also es ist schon der Versuch ja da, es möglichst spezifisch zu machen, aber ich glaube, es muss noch spezifischer werden. Weil wir werden uns sonst, allein schon der Punkt zum Beispiel Auswahlverfahren im Bildungsbereich oder anderes, wir werden uns wirklich schwer tun, wenn wir die Dinge, glaube ich, da nicht ganz genau runterbrechen. Und eins muss man auch sagen, die Liste steht jetzt so da, ich bekenne mich auch ganz klar, auch unsere Fraktion im Europäischen Parlament, die EVP-Fraktion, dass die auf keinen Fall ausgeweitet werden soll. Aber es gibt viele andere Wünsche im Europäischen Parlament, dass diese Liste ja noch viel zu unvollständig wäre. Also ich glaube, das muss man ganz zu Beginn mal im ganz großen Blick haben. Weil meine Sorge ist ansonsten wirklich auch, dass wir genau zu dieser Unklarheit kommen, was fällt denn jetzt eigentlich drunter und was nicht. Dass am Ende auch in einer gewissen Vorsorge vielleicht oder ja, Sorge, im Zweifel mal alles von entsprechenden Akteuren drunter gewertet wird. Und es hieße dann, wir prüfen nachher mehr oder weniger alles. Würde auch, glaube ich, dann die Kapazitäten in manchen Bereichen von Instituten und anderen komplett überfordern. Und deswegen möglichst eng. Gerne dann auch, wie Sie es gesagt haben, mit der entsprechenden Dokumentation. Wobei ich glaube, der eigentliche Knackpunkt bei der Hochvisikoklasse ist immer noch die Ex-Antiprüfung und die Frage, wie lange braucht es dann auch am Ende des Tages. Und deswegen, ich glaube, wenn wir das gerade mit Blick auch auf andere ambitionierte Ziele, die wir uns setzen, in Einklang bringen wollen, dann geht es eben nur, wenn wir diese Liste auch möglichst knapp und wirklich spezifisch halten. Vielen Dank. Ich würde sagen, Herr Zimmermann, weil Sie schon direkt auch mit angesprochen waren, wenn Sie direkt mit nochmal einsteigen wollen in diese Runde, dann eröffne ich somit die Abschlussrunde. Und alle Fragen zu den Pitches sind hoffentlich damit auch geklärt. Ja, dann würde ich Ihnen nochmal die Chance geben, da auch... Naja gut, also ich glaube, KI ist und die ganze Datennutzung und im Prinzip, wenn man das ausweitet, das ganze Thema Digitalisierung ist natürlich gerade beim Thema Nachhaltigkeit Teil der Lösung, aber man darf es eben nicht unter den Tisch kehren, auch Teil des Problems, weil wir natürlich da auch einen enormen Energieverbrauch haben. Mitunter auch natürlich bei Dingen, die als höchst innovativ auch gelabelt sind. Ich sage mal, das ganze Thema Blockchain, was wir über viele Jahre jetzt auch diskutieren. Aber ich würde da eher sagen, das Glas ist halb voll, also KI und Algorithmen als wesentlicher Teil der Lösung, weil wir es eben natürlich in vielen Bereichen auch nutzen können, um Energie einzusparen, um Prozesse effizienter zu gestalten. Und das muss natürlich, und das wird auch jetzt, wenn ich den Bogen nochmal spanne, mit Sicherheit auch eine Frage in den Koalitionsverhandlungen sein. Wie können wir Digitalisierung als Ganzes zur Erreichung unserer Klimaschutzziele auch einsetzen? Aber ja, es sind eben viele unterschiedliche Facetten, die am Ende beim Thema Regulierung da eine Rolle spielen. Und ich glaube, wir wollen alle das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Das ist ganz klar. Aber man muss dann immer auch so ein bisschen schauen. Ich sage mal, ich finde, das Beispiel Amazon Alexa ist ja, das ist ein gutes Beispiel. Aber sozusagen, da muss man ja sagen, das ist ja sozusagen entstanden, bevor es innerhalb Europas eine Regulierung dazu gab. Also insofern, da war das Feld ja wide open. Aber leider haben wir es in Europa bisher nicht geschafft, was Vergleichbares zu entwickeln. Was mit Sicherheit nochmal ein paar andere Gründe hat, außer die Frage der KI-Regulierung. Dann würde ich jetzt nochmal eine gewagte These in den Raum schmeißen, weil wir schon viel über die Strategie-Updates gesprochen haben oder auch, was es vielleicht noch braucht und wie welche Entwürfe auch wirklich in Stein gemeistert sind oder nicht. Braucht es ein KI-Strategie-Update für Deutschland? Oder sind wir mit der bisherigen fein? Also ich will noch dazu sagen, bei allem, was man ja auch so diskutieren kann. Die Strategie war zu Beginn ja immer oder gleich auch darauf angelegt, dass es eine sogenannte atmende Strategie ist. Also es war ja, es gab dann nach zwei Jahren das Update. Also es war unabhängig, glaube ich, von der Koalitionsfrage, war immer klar, dass die regelmäßig upgedatet wird. Also das wäre eigentlich auch genau meine Antwort gewesen. Ich glaube, wir kommen jetzt einfach an so eine Art Inflection Point, so nenne ich das mal, wo KI eher von einer abstrakten Begrifflichkeit immer mehr ins tägliche operative Doing eigentlich übergeht. Und jetzt merkt man natürlich, dass in der gesamten Welt da auch Dinge passieren, die teilweise sehr gut sind, weil sie einfach dem Menschen helfen, automatisierte Dinge tun zu können, die ihn sonst langweilen, wo er immer wieder dasselbe machen würde. Ich möchte da auch noch mal erinnern, wozu KI eigentlich dienen soll, mal von der ursprünglichen Definition her. Ja, aber ich glaube, wir lernen jetzt alle, dass KI schon Realität geworden ist. Und viele nehmen das erstaunt wahr. Und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, auch eine gute Politik zu machen, die KI befördert, weil KI ist ja per se erst mal gut, denn wir wollen sie ja gerade nicht einsetzen zur Überwachung oder zur Manipulation von Menschen, sondern wir möchten sie ja dazu einsetzen, unsere Wirtschaft effizienter zu machen, unser Doing als Person effizienter zu machen, um mehr Zeit für andere Dinge zu haben und nicht mit immer wiederkehrenden Tätigkeiten beschäftigt zu sein. Und ich glaube, eine KI-Strategie, auch eine KI-Strategie einer Regierung, muss einfach per se intrinsisch so angelegt sein, dass sie sich eigentlich ständig weiterentwickelt. Weil das Thema KI, Sie werden das bestätigen können, entwickelt sich so rasant weiter. Wir hatten eben das Beispiel aus China, von einem Start-up vor drei Jahren gegründet, hat jetzt schon Fabrikationsstätten an mehreren Standorten versorgt, x Städte mit hunderten von KI-basierten Fahrzeugen. Und das zeigt natürlich einfach, wie schnell man adaptieren muss und dass eine KI-Strategie sich auch ständig selber wieder hinterfragen muss. Und ich denke, von daher perfektes Timing für eine neue Bundesregierung, das jetzt vielleicht auch nochmal zu tun. Also ich glaube, dass Strategien ja permanent überprüft werden und angepasst werden müssen. Das ist vollkommen d'accord. Die Frage ist ja sozusagen nochmal ein bisschen anzuschärfen, ob die Strategie MISI ist, wie man im Beraterdeutsch sagen würde. Also sind die Ziele, sind sie eigentlich trennscharf, sind sie messbar? Das ist, glaube ich, was wir in der Vergangenheit immer wieder so ein bisschen als Problem hatten. Aber nichtsdestotrotz, es muss sich immer weiterentwickeln. Ich glaube, das stimmt. Und ich würde auch sagen, wir müssen auch schauen, wir dürfen bei der Diskussion auch vor allem den Zugang zu den Daten und die Nutzung der Daten nicht aus dem Auge verlieren, weil das ist nun mal die Grundlage für all das, worüber wir hier sprechen. Und das ist, glaube ich, nochmal eine der Baustellen, wo ich sagen würde, da müssen wir sehr genau drauf schauen, wie wir das angehen und wie wir da vielleicht auch Lösungen finden können, die uns unterscheiden. Also ich glaube, es ist uns nicht geholfen, sowohl nach Osten wie auch nach Westen zu schauen und zu kopieren, sondern wirklich auch aus unseren Überzeugungen in Europa und auch aus unserem Know-how, was wir haben, eigene Wege zu gehen. Ich werfe jetzt nochmal ein Thema rein, das Thema Edge Computing. Also die Frage sozusagen, viele sind vom Datenschutz ja, das weiß ich auch, in Europa häufig genervt. Und der Datenschutz muss auch im Zweifelsfall, das haben wir während Corona gesehen, als ultimatives Argument für alles, das nicht funktionierte, erhalten. Aber wenn man sich mal anschaut, dass zum Beispiel die Corona-Warn-App, jetzt mal egal, wie man dazu steht, aber wir haben es dazu gebracht, dass, glaube ich, 30 Millionen Menschen in Deutschland sich eine staatliche App in einer Demokratie aufs Handy runtergeladen hat. Warum? Weil das Vertrauen da war. Weil am Ende auch, sage ich mal, nicht nur der TÜV vielleicht, sondern auch der Chaos Computer Club gehabt. Das ist eine Architektur, die dient nicht dazu, die BürgerInnen irgendwie auszuspähen. Und dann war das Vertrauen da, dann wurde es runtergeladen, dann hat es funktioniert. Und ich glaube, solche Beispiele sollten wir uns viel stärker zu eigen machen, weil wir damit zeigen können, dass es geht. Mich hat nochmal neugierig gefragt, wenn wir über die KI-Strategie, und es kann ja tastende Strategien und tastende Regulierung geben, haben Sie vorhin von dem Gießkannenprinzip gesprochen, das ein bisschen abgeschafft wird. Das ist ja in unseren föderalen Strukturen immer schwierig, das zu machen. Und dann denken wir das nochmal für Europa, wo wir das ja eigentlich auch nochmal in groß denken. Können Sie da schon ein bisschen verraten, wo Sie den Mut haben, dieses Gießkannenprinzip mal zu durchbrechen? Naja, also wir haben nochmal, ich sage mal, ich war teilweise auch involviert oder kenne handelnde Akteure. Es sind die zusätzlichen Milliarden für die KI-Strategie bereitgestellt worden. Und dann hat jedes Haus vom Landwirtschaftsministerium über das Arbeit- und Sozialministerium sich überlegt, okay, wie können wir diesen Fördertopf anzapfen und Geld auf unsere Seite ziehen. Da sind mit Sicherheit auch sehr gute Projekte dabei. Ich sage mal, das KI-Observatorium im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, wo man gesagt hat, okay, wir schauen, wie sind Auswirkungen von KI europaweit auf das ganze Thema Arbeit und Beschäftigung. Da bin ich aber wieder bei der Strategie. Es hat niemand gefragt, zahlt das eigentlich auf die Zielerreichung ein, sondern es war einfach, okay, Arbeit und Soziales hat auch einen Teil bekommen, Haken dran. Darum geht es mir und da würde ich auch das mal unabhängig davon betrachten, welches Parteifähnchen auf dem Dach des jeweiligen Ministeriums gerade ist, sondern wirklich zu sagen, okay, wir müssen an ein paar Stellen dann von vornherein sagen, da soll das Geld hingehen. Also egal, ob Digitalministerium oder Koordinierung, Kanzleramt, das Finanzbudget geht mit. Ich sage mal, nicht umsonst wird ja auch der Haushaltsausschuss im Deutschen Bundestag immer eigentlich als der mächtigste Ausschuss bezeichnet, weil es gibt den alten Spruch, wer zahlt der Mahl. Und da ist natürlich eine große Steuerungswirkung dahinter. Aber ja, ich glaube sogar, dass eine solche Strategie aus dem Kanzleramt heraus mit der richtigen Struktur besser umgesetzt werden kann, als aus einem Digitalministerium. Weil ein Digitalminister oder Ministerin ist eine Ministerin unter vielen. Das Kanzleramt ist und bleibt das Kanzleramt. Aber am Ende, das will ich auch sagen, brauchst du die Kombination aus den notwendigen Kompetenzen, die man zugeschrieben bekommt, und aus auch den Personen, die die notwendige Passion mitbringen. Wir haben das, glaube ich, in der Vergangenheit gesehen. Wir haben an einigen Stellen Kolleginnen sitzen gehabt, die hatten die Passion, aber hatten leider nicht die notwendige Feuerpower bekommen. Und an anderen Stellen waren vielleicht Leute, die hätten mehr machen können, aber die waren vielleicht noch für viele andere Sachen zuständig und hatten nicht so den Drive dahinter. Und das zusammenzubringen, ich glaube, das wird die ganz große Herausforderung. Ja, ich würde vielleicht noch mal einen ganz anderen Aspekt einbringen, der fasst aber viele der genannten Anregungen ein bisschen zusammen. Wir sind ja als TÜV-Unternehmen immer gefordert, uns schon mit Technologie früh zu beschäftigen, die irgendwann wichtig werden wird. Und ich wage jetzt mal vorauszusagen, dass wir vielleicht in einem Jahr oder zwei Jahren eine AI-Conference machen vom TÜV-Verband, wo eigentlich gar nicht mehr das Thema Algorithmik oder Daten für KI im Zentrum steht, sondern das Thema der KI-basierten Mikroelektronik, der AI-Chips sozusagen. Weil ich denke, das wird eines der nächsten ganz großen Themen werden. Warum? Weil eben die AI-Chips erlauben werden im Sinne des Edge-Computings. Das heißt, ich behalte meine Rechenpower, meine Daten ganz lokal bei mir und ich habe so eine quasi Computer-Power lokal bei mir, zum Beispiel in der Kamera verfügbar, dass meine gesamte Bildoptimierung nicht mehr auf irgendeinem Cloud-Server stattfinden muss, sondern direkt bei mir lokal vor Ort und ich kann darüber bestimmen, ob diese Daten jemals rausgehen oder für ewig sozusagen bei mir bleiben oder ich sie lösche, ohne dass sie rausgegangen sind. Das heißt, auch aus dieser Perspektive sollte die Politik wirklich ins Auge fassen, vielleicht auch nochmal ihre KI-Strategie dahingehend zu erweitern, weil es wird nicht mehr nur um Algorithmen und um Daten gehen, sondern es wird um Mikroelektronik gehen, die KI direkt in sich verdrahtet und hier möglicherweise auch eine Chance liegt für den Standort Europa, sich mit dieser Technologie nochmal ganz nach vorne zu bewegen, weil ich weiß, im wissenschaftlichen Bereich haben wir diese Kompetenz in unseren Forschungsinstituten, Universitäten, aber es muss natürlich auch eine Industrie geben, die enabled wird, so etwas zu machen und das möchte ich einfach hier nochmal als Anregung auch an die politischen Würdeträger mitgeben, da einfach mal drüber nachzudenken. Dann gehen wir, oder noch etwas zu ergänzen? Ich hätte vielleicht noch eine letzte Frage bezüglich der Daten doch nochmal. Wir hatten das Thema ja eben kurz angerissen. Es geht mir vor allem um den Punkt der großen Datenmengen, die man braucht, um jetzt aktuell solche Modelle wie zum Beispiel GPT oder UDAO zu trainieren. Das ist ja tatsächlich eigentlich, diese großen KI-Modelle sind ja der aktuelle Stand der Technik tatsächlich. Also es wird damit ganz viel gemacht und es ist absehbar, dass mit diesen großen Netzwerken auch, ich sag mal, über einen API-Zugriff beispielsweise ganz viele Geschäftsmodelle entstehen werden, wo gar kein Unternehmen hier mehr die Chance hat, sag ich mal, ein Modell selber zu entwickeln, was in irgendeiner Form besser ist oder mehr Daten enthält, als jetzt diese Modelle, die wir da per API einfach abfragen können. Und da ist ein großes Thema, sehe ich da auf jeden Fall für die europäischen Wettbewerbssituationen, aber auch für die europäischen Wertsituationen tatsächlich, weil wir natürlich keinerlei Kontrolle darüber haben, was in diesen großen Modellen landet an Daten und dass ja auch Datenmengen sind, wo wir de facto, das müssen wir uns einfach eingestehen, keine Chance mehr haben, das zu analysieren. Es geht nicht. Wir reden über Billionen von Datensätzen. Da kann kein Transparenzgebot mehr mithalten. Das Einzige, was man überhaupt noch machen könnte, wäre es wiederum mit KI, diese Daten zu analysieren und dann beißen wir uns irgendwie wiederum in den Schwanz. Also da müssen wir uns einfach von verabschieden. Und da ist die Frage auch nochmal, was können wir machen, dass wir auch innerhalb von Europa die Möglichkeit haben, solche Datenmengen anzusammeln, dass wir solche Modelle hier auch trainieren können. Also wir haben ja in der vergangenen Legislaturperiode hat Peter Altmaier das Thema Gaia-X als eines der großen Projekte vorangetrieben. Und ich glaube, das ist schon der richtige Weg. Also das heißt, zu versuchen, Datenräume in Europa zu schaffen. Weil meine größte Sorge über, und ist es eigentlich heute immer noch, aber schon seit vielen Jahren, ist, vor allem auch der deutsche Mittelstand hat verstanden, Daten sind etwas Wertvolles. Und wenn man in Deutschland weiß, dass irgendwas wertvoll ist, dann passt man darauf auf. Dann kommt das in den Tresor oder eben ins Datensilo. Und ich glaube, mit Gaia-X haben wir in Europa uns auf den richtigen Weg gemacht, eben diese Datensilos nutzbar zu machen, indem man Datenräume öffnet, damit alle die Hoheit über ihre Daten behalten, aber gleichzeitig gemeinsam die Nutzung ermöglichen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Aber es ist ein Steiniger, das wissen wir auch. Denn ich glaube, das Projekt ist durchaus so erfolgreich, dass es auch genügend Akteure gibt, die kein Interesse an einem Erfolg davon haben. Und deswegen sind wir gerade da, glaube ich, an einer entscheidenden Weggabelung, ob das Ganze am Ende ein Erfolg wird. Oder, also ob es der Daten-Airbus wird, also ein erfolgreiches europäisches Gemeinschaftsprojekt, oder ob es eher ein Daten-BER wird. Vielleicht noch ganz kurz in Ergänzung. Ich glaube, die spannende Frage wird auch mit Blick auf verschiedene Akteure sein. Nicht im Sinne von, dass wir zwingen, aber wie wir noch weiter Anreize schaffen können, dass tatsächlich auch Daten gepoolt werden. Und ich glaube, auch der Staat muss seiner Verantwortung noch in einem größeren Maße, Stichwort Open Data, wir haben zwar die Open Data-Gesetze entsprechend da, aber ich glaube, da geht schon noch deutlich mehr in der Frage, wie schaffen wir tatsächlich auch die Zugänglichkeit. Und wir müssen sicherlich an manchen Stellen, also wir im Sinne von auch dann die EU, was ja auch passiert mit dem Review der DSGVO, schon noch mal schauen, wo sind tatsächlich auch noch die juristischen Fallstricke, die wir beheben müssen an vielen Stellen. Und deswegen auch noch abschließend, um den Bogen noch mal zu schlagen zur KI-Regulierung, die jetzt ansteht. Ich glaube, wir müssen auch vermeiden, dass wir nachher Kontroversen bekommen, wo wir auf der einen Seite Anforderungen, zum Beispiel in der DSGVO haben, und auf der anderen Seite jetzt dann mit Blick auf Dokumentationspflichten und anderes den Unternehmen Dinge aufbürden, wo dann schon wieder Folgefragen entstehen, lässt sich das überhaupt noch miteinander vereinbaren? Also diese Dinge müssen wirklich vorab bei der KI-Regulierung jetzt, glaube ich, genau ins Auge gefasst werden. Das sind schon fabelhafte Abschlussworte, denn wir müssen leider mit Blick auf die Uhr und auf die Zeit jetzt hier einen Schlussstrich ziehen. Und ich wette, es gäbe noch weitere Fragen, auch unser Publikum digital noch mal stellen würde. Und so ganz das Grillen habe ich jetzt nicht gespürt. Also ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Abschlussrunde und haben sich von den besten Seiten natürlich auch präsentiert für das Thema KI. Und ich würde noch mal ein ganz herzliches Danke auch an Sie drei sagen, dass Sie nicht nur im Panel davor, auch hier jetzt noch mal Ihre Expertise geteilt haben und uns Denkanstöße als auch sehr interessante Fragen mitgegeben haben. Denn der KI-Standort Deutschland, der bewegt sich gerade in spannende Richtungen auf europäischer Ebene auch noch mal ganz anders. Und natürlich würden wir gerne in zwei Jahren mit einem ganz spannenden neuen KI-Thema auch wirklich hier stehen und sagen, wo ist die Reise eigentlich hingegangen? Deswegen ein ganz, ganz herzliches Danke an Sie beide als Politikvertreter und natürlich auch an Sie drei als unsere Expertenvertreter. Dankeschön. Vielen Dank für die gute Moderation. Dankeschön. Dankeschön.